Hallo zusammen, ich habe hier einen Lancia Voyager mit einem Transcooler 300. Wir haben hier drin 300 Liter Tiefkühlung oder auch Kühlung. Wir haben einen Temperaturbereich von plus 5 oder plus 10 bis minus 25 Grad. Der Transcooler wird hier hinten ins Auto reingestellt, fixiert. Wir haben hier die Temperaturanzeige, die kann man hier hinten lassen oder nach vorne ziehen zum Fahrer. Durch das sieht man permanent, was hier für eine Temperatur herrscht. Wir haben einen Ausschalter, wir können die Temperatur verstellen. 300 Liter Tiefkühlung in einem ganz normalen Standardfahrzeug. Am Fahrzeug muss nur ein dickes Kabel von der Batterie bis in den Kofferraum eingezogen werden. Hier oben mache ich euch ein Video über einen größeren Transcooler. Hier unten über das gleiche Modell. Hier über die ganz großen Transcooler. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.